Der in Weiß antretende Weltpokalsieger spritzt der Ball doch noch ins Tor. Lima, durch aber Sie sehen, die Hand war im Spiel und da nützt auch dieses Zauberkunstlich. Sieht es anders aus. Sehen Sie, wie das Bein von Silov das Bein von Pele traf. Ja, ist er so schwer verletzt? Sicher nicht, denn er kann den Elfmeter selbst verpassen. Aber gleich folgt das 1 zu 2. Pele, Kopfball, Abwehr, Savitzki, Nachschuss, Dauber. Und jetzt waren sie warm geworden, diese Burschen aus Santos. Jetzt spielten sie ihr Spielchen und der Filio 1 zu 3, fünf Minuten Verschluss. Ja, sie waren zufrieden, die Weißen, aber das Publikum hatte sein Leben ehrlich etwas mehr erwartet. Ja. Burschen. Ja. Ja.